Hallo YouTube, ich bin Bini und eigentlich wollte ich einen Trailer machen, habe es aber leider nicht geschafft. Zeitlich, denn ich musste mein Zimmer umräumen, was wesentlich besser aussieht, außer für euch, weil alles, in dem ihr eigentlich nur weiß ist und in meiner hässlichen Couch seht, aber ansonsten ist das Zimmer eigentlich wirklich egal. Und ich musste leider zu Ämtern, was ich leider lange von mir her geschoben habe und jetzt musste es einfach echt sein und dementsprechend konnte ich keinen Trailer machen, aber trotzdem, morgen am 17.02. um 17 Uhr findet eine neue Folge Tot Ernste Geschäfte statt. Das heißt, die Abenteuer der George Willington und Remus Furthermore gehen weiter. Übrigens nicht nur das, sondern diese Abenteuer werden jetzt jeden Freitag um 17 Uhr wahrscheinlich ausgestrahlt. Wir haben uns da einen richtig guten Termin gesucht. Das, was ihr möglicherweise leise im Hintergrund hört, ist der Volke, der gerade hier in meinen Kopfhörern vor sich hin hustet. Denn er wartet gerade auf mich, denn wir müssen noch ein bisschen, was wir morgen besprechen. Das heißt, es könnte hoffentlich, es funktioniert, es sein, dass wir jeden Freitag um 17 Uhr uns irgendwelchen Verbrechen in London und in England halt eben stellen. Als George Willington und Remus Furthermore. Abgesehen davon wird es auch hoffentlich bald wieder einen richtigen DSA-Livestream geben. Ich arbeite fleißig daran. Ich kann aber jetzt schon eigentlich mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es nicht der große DSA-Livestream sein wird. Das tut mir leid. Es wird einen anderen großen DSA-Livestream geben mit Soundeffekten und allem drum und dran. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Jetzt erstmal für alle nochmal zum Mitschreiben. Morgen 17 Uhr, am 17.02. 17 Uhr. Toternste Geschäfte für alle Leute, die nicht live dabei sein können, wird es wieder logischerweise einen Stream geben, den ihr nachher schauen könnt. Ich habe alles in Höchstgeschwindigkeit heruntergerattert. Ich hoffe, irgendwer hat irgendwas überhaupt verstanden. Wir sehen uns morgen 17 Uhr, am 17.02. in den Nebeln von London 1890. Bis dahin. Tschüss.